Guten Morgen! Guten Morgen! Herzlich willkommen zurück in unserem Kanal. Wir sind jetzt am Changi Flughafen Terminal 2. Wir fliegen heute in der Business-Klasse mit Singapur Airlines in dem ganz neuen Boeing Dreamliner B787-13 von Singapur nach Bangkok. Das Check-In-Schalter befindet sich in Seele 1 in der Nähe von Tour Nummer 1. Ich habe das Selbst-Ein-Checken-Automat benutzt. Nachdem Sie Ihr Gepäck etiquettiert haben, können Sie Ihr Gepäck zur Aufgabe am Schalter. Wir haben unseren Check-In abgeschlossen und werden in kurzer Zoo-Überprüfung lösen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Silvercris Lounge. Es ist eine Lounge für die Passagiere, die in der Business-Klasse reisen. Los geht! Die Silvercris Lounge ist ziemlich unkomfortabel. Es hat auch eine gute Auswahl an Speisen und Getränken. Die Silvercris Lounge ist ziemlich unkomfortabel. Zeit zum Flugsteig zu gehen. Mein Platznummer für diesen Flug ist 11F. Das ist ein ganz neues regionales Business-Class-Produkt bei Singapur Airlines. Es lehnt sich in ein flaches Bett. Vor mir befindet sich ein Touchscreen-Monitor. Sie können über den Bildschirm auf das Unterhaltungssystem zugreifen. Zu diesem Zweck gibt es hier auch eine Fernbedienung. Auf der Fernbedienung befindet sich auch ein Touchscreen. Das Unterhaltungssystem von Singapur Airlines heißt Criswell. Es gibt Filme, Fernsehsendungen, Musik und andere Unterhaltungsmöglichkeiten zum Anschauen und Hören. Sie können auch über das Unterhaltungssystem auf Fluginformationen zugreifen. Es gibt eine Reihe von Knöpfen an der Seite des Sitzes. Sie können eine Taste drücken, um das Flachbettbereich zu stellen. Es gibt auch eine Laserlicht-Taste, eine Anruf-Vermittlungstaste und eine Nicht-Stirrend-Taste. Vor dem Start servieren dem Kabinenpersonal ein Erfrischungsstuhl und ein Glas Begrüßungsgetränk. Prost! Und hoffentlich kann ich mich einen angenehmen Flug haben. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nach dem Abflug servieren den Kabinenpersonal Frühstück. Ich habe vor dem Abflug meine Hauptspeise bestellen. Dies ist ein thailändisches Gericht, das heißt Kauzäu. Die Soße, die mit Kokosmilchcurry ist, ist scharf aber küsslich. Es gibt auch Stücke, Huhn und Nudeln in der Soße. Wenn Sie eine bestätigte Buchung in der Businessklasse haben, können Sie Ihre Maulzeit bereits in Voraus aus der Menüauswahl an Bord auswählen. Singapur Airlines betätigt auch den Book-the-Cook-Service in der Businessklasse. Ihr gewähltes Gericht wird Ihnen als Hauptspeise Ihres Menüs an Bord serviert. Sie haben die Möglichkeit bis 24 Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit im Voraus zu bestellen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein ganz neues regionales Business Class Produkt bei Singapur Airlines. Es lehnt sich in ein komplettes flaches Bett. So, bitteschön! Drücken Sie diese Taste, um das Flachbett bereits zu stellen. So, Sie können bei Singapur Airlines der Kurzsistanzflug ein komplettes flaches Bett benutzen. Sehr gut! Sehr gut! Wir sind gerade auf Subhanapur Flughafen in Bangkok gelandet. Das Zeit dauert etwa 2 Stunden und 25 Minuten. Wir hatten eine wundervolle Zeit an Bord. Wir hoffen Ihnen, hat dieses Thailand gefallen. Vielen Dank für Ihr Zuschauen und bis bald! 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 Da! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020